Als Baden-Badenerin bin ich ganz stolz, dass wir jetzt ein kleines, fantastisches Weingut haben, was für ganz frische Weißweine steht. Christoph! Erst seit zwei, drei Jahren machen Sie eigenen Wein. Und zum Beispiel der 2010er Riesling ist ein Wein, den Sie immer trinken können. Also der duftet schon so ganz frisch nach Zitrusfrüchten, nach Äpfeln. Und dem Gaumen ist er pikant. Seine bekannte Säure macht ihn lebendig, frisch. Also das ist wirklich ein Wein, der immer schmeckt. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Jahreszeit.